Na, ist bestimmt ein Chak-Chak drin. Ich hoffe. Ja, das wäre jetzt mega krank, ey. Ohne Scheiß. Nein. Komm her, komm her, komm her, komm her! Ich habe ein Video auf dem Handy und auf YouTube. Da bin ich mit Alessio hier entlang gegangen und dann sage ich so, hey, da oben ist noch ungelootet, hier dieses Haus. Lass mal nachgucken. Es wäre jetzt so geil, wenn da ein Chak-Chak drin ist, weißt du schon? Ich baue mich hier hoch, öffne die Kiste, auf einmal kommt eine goldene Scar und ein Chak-Chak raus, so. Ah!